einen wunderschönen da bin ich schon wieder euer odin und ich begrüße euch zum ersten fazit video vom naken revolution 5 pro controller ich habe den jetzt so wandte baut zwei bis drei wochen im einsatz ist ein richtig richtig geiles teil im gegensatz zu den früheren modellen sehr viel verbessert sehr viel verbessert was einfach klasse ist welche euch alles erklären was beim alten mir nicht gefallen hat was bei dem jetzt hier viel besser ist auch was zu anderen kontrollern viel besser ist aber auch ein paar negative sachen sind mit bei aber das ist jetzt nicht eher die sache von naken sondern eher von sony dass eine sache nicht zur verfügung stehen weil sony sagt das steht nur unseren kontrollern zur verfügung aber das werden wir gleich alles durchgehen ich habe auch ein hardware video gemacht wo ich alles zeige natürlich jetzt noch mal kurz anreißen weil ich weiß einige von denen von euch werden das video nicht separat gucken dann kommen wieder fragen deswegen nehmen wir das hier einfach mal gleich mit durch der controller kommt in so einem schicken case daher da ist auch gut drin aufbewahrt oben ist der kabel drin auch schön lang nie es liefter kabel ihr habt ein putztuch für den controller mit bei ein usb stick der in der playstation bei mir jetzt ist hier normalerweise hat er drin auch hier kurz angemerkt wenn ihr den mal gebraucht kauft und der nicht gleich connected oder nicht connected den stick den knopf gedrückt halten bis er blinkt dann den playstation knopf gedrückt halten am controller bis er blinkt und dann connecten die sich wieder dann haben wir eine schachtel mit zusätzlichen teilen bei mir fehlen jetzt hier einige teile weil ich natürlich schon welche eingebaut habe wir haben hier sechs gewichte drei gewichte pro seite halt logischerweise 14 60 quatsch 10 14 genau hier sieht man auch hier steht dann auch das gewicht drauf 10 14 und 16 ist eingebaut dann haben wir hier so metallringe also die sind da die 16 gramm und hier sind dann noch metallringe oben drauf die habe ich jetzt hier schon verbaut ich fand benutze jetzt demnächst die größeren um zu testen wie gesagt ich habe noch nicht alles durchgetestet ich lasse das standard drauf ist als steuerkreuze kann man halt auch abmachen und halt mit einem normalen steuerkreuz ersetzen das ist denn hier aber das finde ich halt standard ich finde das eigentlich ganz gut wie hier ist mit dem kreis dann haben wir noch für die analog sticks drei verschiedene ich habe die mit der vertiefung weil da der finger schön drin ist dann haben wir noch wie beim ps3 controller welche mit einer erhöhung und dann haben wir noch so dicke also ein bisschen aus dem autoreifen die sind auch noch mal den weg müssen verkürzen damit habe ich noch gar nicht gearbeitet zusätzlich haben wir noch ein ansteck mikrofon das wird dann hier unten einfach angesteckt und dann habt ihr mikrofon funktioniert aber es ist halt man kann euch verstehen aber es ist halt nicht so wie ein separates mikrofon soweit zu den einzelteilen die hier mit bei sind kommen wir mal zur software bevor wir die hardware uns jetzt genauer noch weiter angucken es funktioniert nicht wie beim standard controller dass ihr die playstation taste gedrückt haltet oder drückt und der controller macht dann die playstation an das funktioniert nicht dann müsstet ihr denn zum anmachen einen normalen controller neben an machen dann hier an machen und profil auswählen und dann ist der an und er geht der automatisch aus oder ihr macht direkt an der playstation aus dann es gibt kein haptisches feedback und keine vibration im ps5 modus ist wichtig im ps5 modus pc modus habe ich nicht getestet aber am pc ps4 modus funktioniert vibration aber sony hat so weit ich jetzt raus gelesen habe und bei einigen nachlesen konnte dass sony hat gesagt hat haptische feedback und vibration nicht im ps5 modus das ist unseren kontrollern vorbehalten die haben ja diesen edge controller den neuen vielleicht wollen sie dadurch ein bisschen einzigartiger sein auch mit den triggern ja dass jetzt sich dann auch wie heißt er gleich wieder ich habe den namen ist gerade vergessen dass bei der ps5 wenn ihr bogen spannt dass er dann halt schwerer geht adaptive trigger oder so das ist wird auch nicht unterstützt das wird auch nur von den original sony kontrollern unterstützt das sind so die nachteile die so sind aber halt wie gesagt nicht mal nachteile für die nägeln großartig was kann vorteile sind bei diesem controller im gegensatz ich hatte ja schon den älteren revolution controller erst mal er wird unterstützt für ps4 ps5 und pc also könnt an ps4 könnt dann benutzen und am pc bei der älteren generation war das so da hatten wir hier kein usb c hier oben da hatten wir so ein schraubding was ich gerne mal gelöst hat und man konnte den halt nur mit kabel benutzen den könnt ihr praktisch kabelgebunden benutzen für pc oder playstation ist egal oder ihr könnt ihn auch per funk benutzen mit dem stick logischerweise dann haben wir hier unten den mute knopf den kennt er ja so sind die tasten alle gleich option alles gleich wie beim sony controller bloß dass ihr das layout dann halt vom xbox controller habt weil hier beim ps5 controller sind ja die analog 6 unten und hier haben wir so ein bisschen versetzt so wir haben ein touchpad wir haben dann noch leuchten das werde ich euch nachher noch zeigen an der seite links rechts und hier unten und dann haben wir hinten noch dann haben wir eine multifunktionstaste heißt heißt da habe ich noch nicht großartig raus gefunden was ich damit machen kann und hier können wir denn umschalten zwischen kabelgebunden und mit dem stick hier kommt in der usb rein zum usb muss ich sagen ich habe einige von meinen usb kabeln getestet ich nehme jetzt mal mit absicht nicht den originalen ich habe jetzt hier ein wenn ich den hier rein mache ich mache mal kurz hier an mein mikrofon habt ihr gehört diese klacken und dann ist es auch fest ja ich kann hier seht ihr geht nicht raus das habe ich bei einigen von meinen guten von dem preis also vernichten bei den nicht den preis günstigen aber bei den guten kabeln habe ich das dass das funktioniert mein kater jetzt nicht bei den preis günstigeren kabeln oder die wird ihr manchmal mit bei habt wenn ihr irgendein produkt kopf wo ein usb c kabel bei ist da fehlt das klacken so habt ihr sehen ihr könnt es so reinstecken und so laden kein problem aber wenn ihr den dann benutzt und im eifer des gefechts ein bisschen bewegt rutscht der aus woran liegt ich habe keine ahnung ich habe geguckt hier ich habe hier bei den usb c kabeln keinen unterschied gefunden also wirklich überhaupt kein optisch stehen die wirklich identisch aus was das der metall ist und der hier plastik aber sonst ich habe keine ahnung wie sagt es ist bei bei einigen meinten von von meinen lieften kabeln ist das funktioniert ich habe zwei hier ist liebte kabel die sind was älter da funktioniert es nicht und beim original kabel funktioniert es natürlich auch haben darüber müssten müsst euch im klaren sein woran es liegt kann ich euch jetzt so im ersten umblick auch gar nicht erklären dann haben wir die schultertasten die sind natürlich im xbox design weil sie ein bisschen spitz zu gehen und bisschen von breit und schmal dann haben wir hier zwei tasten damit können wir praktisch so ich mach mal runter können wir die bewegung von den schultertasten begrenzen so habe ich jetzt begrenzt und so ist unbegrenzt ja was ein bisschen schade ist wir haben hier immer noch so ein bisschen spiel wäre schön wenn es vielleicht so wäre ja so ganz minimal ja also das vielleicht noch eine dritte stufe wäre das wäre halt würde ich mir wünschen aber das wirklich meckern auf sehr hohem niveau was uns klar machen müssen dann haben wir hier drei tasten das ist die profil taste damit können wir zwischen verschiedenen profilen hin und her wechseln hier können wir einschalten zwischen dass wir das profil am controller machen können oder halt wenn wir den controller mit dem mit dem pc verbinden müssen wir hier umschalten und hier haben wir denn die profil die nicht die profile sondern die ja was ist für kontrolle jetzt gerade sein soll ps5 ps4 oder pc dann haben wir hier unten eine bluetooth taste und links und rechts laut und leise damit könnte laut und leise machen habe ich noch nicht probiert weil ich habe ja mein headset immer so dran und bluetooth ist dafür da wenn ihr das mikrofon ran macht könnt ihr mit der bluetooth taste ja airports oder hier so ganz normale kopfhörer bluetooth kopfhörer könnt ihr damit verbinden und die sind dann mit dem controller verbunden dann haben wir die schulter tasten die die zusätzlichen tasten und da muss ich sagen ein dickes fettes lob an mecken ich hatte am anfang gedacht vor allen dingen tasten hier unten da wäre doch duft drücken beim zocken oder so aber ist nicht so und dieses design von den zusätzlichen vier tasten finde ich besser als diese schmetterlings tasten oder wenn sie so dicht nebeneinander sind die kann ich super bedienen ich habe mir die auch eingestellt bei fordnet und bei cod so ein bisschen selbst wenn ich nur hier unten hier unten so leicht drauf drücke ganz leicht löst die taste aus aber auch in der mitte also man braucht gar nicht viel druck hier oben bei den bieten da braucht man denn ein bisschen mehr druck um sie auszulösen und wenn man den dann so in der hand hat es ist einfach der knaller ja also hier unten ruckzuck ist man dran aber auch hier oben ich hoffe ihr sehtet ich habe gedacht ich komme öfters mal so dran ein zweimal bin ich am anfang so ein bisschen rangekommen aber ich halte den controller nie so richtig doll fest ich habe immer so liegen und ja und dann also voll easy voll geil kann ich wirklich wirklich nur sagen das ist ein hammer controller und hier haben wir dann noch die abnehmbaren rückseiten die sind dann für die gewichte ich habe ich dann halt der 16 gramm gewicht drin kommen wir noch mal zur vorderseite wir machen immer an so hier seht ihr praktisch hier oben und hier sind dann auch noch welche ich bin im profil 1 hier wäre profil 2 profil 3 profil 4 habe ich jetzt schon auf dem richtigen mal gucken ich mache jetzt erstmal die playstation an da geht mich erst wenn sie an ist dann seht ihr ja dass er hier angeht jetzt bin ich hier verbunden jetzt ist blau seht ihr das so wenn ich jetzt hier die profile durchhalte seht ihr das ja da scheint sieht man das auch hier der ring unterscheidet sich da kommen wir gleich noch dazu dann könnt ihr dann einfach mit der profil taste die profile durchhalten so hier vorne seht ihr wie weit voll euer akku ist wenn ich jetzt mal mit dem controller lade dann seht ihr dass alle lampen angehen also ich muss mir ausschalten so seht ihr dass hier die gelbliche lampe leuchtet oder bringt zum laden und vier sind dauerhaft an und der hintere bringt er hat jetzt fast voll so gedrückt halten und an ihr könnt die farbe des ringes in der software einschalten einstellen zu der software würde ich noch selber noch mal ein separates video machen die ist aber leider noch nicht auf deutsch und irgendwas haut bei der software bei mir noch nicht hin erzähle ich gleich ihr könnt ihr komplette einstellen welche ihr könnt einstellen welche taste was sein soll also auch die vorderen tasten sind komplett frei belegbar auch die hinteren könnt ihr von von links rechts r3 l3 l1 l2 dreieck 4 egal welche taste könnt ihr auf diese tasten belegen das ist euch überlassen was ihr da haben wollt die farbe des rings könnt ihr dann natürlich ändern damit ihr eine übersicht habt über die verschiedenen profile damit ihr die ein bisschen auseinander halten könnt ihr könnt eine farbe machen ihr könnt pulsieren machen oder ihr könnt so ist denn wie so ein x detail dass ihr praktisch hier eine andere farbe und hier und hier und hier habt das werde ich euch dann später bei der software zeigen man kann auch profile und man kann sich da anmelden auf der webseite also update habe ich vom controller noch nicht die abseitigen habe man kann auch profile herunterladen wobei fordnet hat funktioniert robocop hat funktioniert ein cod profil hat funktioniert und das andere cod profil hat nicht funktioniert das findet die software nicht also ich lade nur von der webseite runter und die software findet es nicht zum installieren wo der fehler ist weiß ich nicht zweite problem ist ich bin jetzt in meinem profil mit dem türkisen ring die cod profile die ich gemacht habe waren auf ich habe mir da verschiedene runter geladen zum testen auch das dann sollen denn hier die schultertasten schon belegt sein und hier die reichweite soll eingestellt sein worden sein und die hinteren knöpfe sollen eingestellt sein aber ich habe nach dem installieren auf einmal waren alles nur noch file tasten hier alles von feiertasten hier hinten die und hier die hier waren alle feiertasten die waren hier alle normal aber hinten alle und l1 und r1 und so waren alle feiertasten wo da das problem ist weiß ich nicht ich habe den support schon geschrieben aber nichtsdestotrotz wie gesagt ich bin jetzt seit gut zwei bis drei wochen den am benutzen für fortnite und cod es ist ein wirklich 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 geiler controller er liegt richtig geil in der hand mit den schultertasten hat neken sich selbst übertroffen die sind schön zu treffen gut zu treffen er liegt wirklich geil in der hand und vor allen dingen auch fürs treffen mit dem steuerkreuz hier die fällt mir auch sehr gut dass man die gewichte rein bei den gewichten würde ich mir wünschen dass man vielleicht zu den 16 und noch 20 gramm rein macht also die 16 sind okay aber ich würde mir vielleicht noch einen tick schwerer wünschen der ist auch von der größe her ist der controller auch wenn man das jetzt so drüber packt oder nebeneinander packt seht ihr das minimal der ist minimal größer als der xbox äh als der playstation knapp wenn man jetzt guckt hier ich bin jetzt auf dem steuerkreuz ja daumen hier ist es dann so da ist der daumen ein bisschen weiter ausgestreckt ja also ist so wert beim playstation controller und hier ist es dann ein bisschen weiter ausgestreckt ja auch das feedback was der controller mir zurückgibt wenn ich die tasten drücke ist wunderbar ich kann mich da echt nicht beschweren es ist ein wirklich beeindruckendes stück technik es macht mega spaß mit ihm zu zocken ähm Minuspunkte ist halt dass die software immer noch auf englisch ist da hoffe ich dass die auf deutsch kommt dass sie mit den profilen nicht funktioniert aber ich denke mal da werden sie daran arbeiten mega plus punkte sind für mich im gegensatz zu früher die hinteren tasten dass nicht mehr in naken eigene steckverbindung genommen wird wo man festschrauben muss und dann das auch gerne mal los geht sondern halt auf usbc gesetzt wird beziehungsweise dass man halt kabellos benutzen kann dass man halt für ps4 ps5 und pc benutzen kann ja und sonst gibt es da eigentlich nichts weiter zu sagen ich werde die noch weiter testen wie gesagt ich muss die anderen sticks noch testen ich will mit der software noch ein bisschen rum hantieren weil ich habe noch nicht die kurven eingestellt da habe ich ein bisschen was versucht ich will auch hier nochmal wann der auslöst noch ein bisschen früher machen da habe ich mich noch nicht so richtig ran getraut das weg aber auch alles noch machen da wird es dann nochmal ein video geben ähm zu einem späteren zeitpunkt jetzt wollte ich erstmal nur mein fazit loswerden weil einige von euch haben ja gesehen dass ich damit zocke ich habe im live stream schon öfters gesagt dass ich damit zocke und dir zeigt was er kann und wie er aussieht und meine meinung gesagt dass er geil ist ähm ja jetzt hier erstmal das erste fazit wie gesagt software kommt noch und ja ich hoffe ihr konntet euch damit ein bisschen helfen wenn ihr fragen habt in die kommentare posten wir sehen uns beim nächsten video wieder bis dahin Ahoi sagt euer Odin OITSTEST